Hier, Mülleimer gefunden. Aber hier, weil dieser Mülleimer-Schnitt viel zu klein ist und viel zu voll und überfüllt ist und dieser Müllsack so fett und groß ist, gehe ich jetzt hier, hier rüber über diese Straße, da ganz hinten, da ist ein Mülleimer, der voll offen ist. Genau, und da werde ich hier diesen Müllsack hinbringen.